Polo Orange Polo Orange Geil Gelb Perfekt Gelbe Schafe Ach die sind alle kunterbunt Mal gucken was da am Ende für Schafe rauskommt Blau und Gelbe gibt wahrscheinlich Grün und Bliemchen Jetzt habe ich hier Ich habe auch noch keine Hektik gesehen seitdem wir hier spielen Das ist schon kurios eigentlich Problem ist Einmal Hexen sieht man Die Blumen Weißen wir das Gleiche Den hier So jetzt haben wir hier Rosa Marguerite weiße Marguerite hellgrau Scheiße Weiß egal nehmen wir alles mit Wenn der Inventar voll ist Keine Ahnung was ich da mache Oh Weiß Weiß Ja weiße Weiße Farbe Welchen schafft zurück Der Oder was Heißt viele Blumen Total Ja Könnte die hier sein ne Hä Ich kann die gar nicht aufheben, nehme ich die weiße Wand an, Sternenlauch, Sternenlauch, Magenta, ach du scheiße, wer hätte ich sowas denn einfallen lassen? Also, da wäre es wirklich so aus und so, ne, so schön, wo ist ein Blübchen oder Blumenfeld? Äh, was kann man da sagen, Löwenzahn, 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 Gelb, Strosenstrauch, Rote Tulpe, Porzellan, Porzellan, Sternchen, Spiders, ja. Ja, wirklich alle Farben haben, oder? Oh, hier sind Hunde, scheiße, ich habe keinen Sinn. Oh, scheiße. Ich muss nicht warten, bis es Nacht ist, die Hunde mitzuholen. Ah, Mann, das ist aber sch... Ja, irgendwas ist es jetzt. Flugenmüsse gibt es einfach. Dann warte ich jetzt, oder ich gehe mal ein bisschen so besser umschauen. Dann kläre ich einfach wieder, Entfernung ist 1300, 200 Meter habe ich noch drin. Und dann gucke ich einfach nach Skeletten, oder so gleich. Ich hoffe dann, dass ich darüber lebe. Weil da habe ich schon ein bisschen schönes... ...jedcha�elf! NeeISH, schon was tolles erlebt. Da habe ich auch Hunde gefunden, die ich unbedingt haben wollte. Es war ja auch einig, wie hutt. Wenn ihr mich zu Hause aufgetaucht habt, habt ihr gesehen, ich habe hier schon Hunde, habe ich mir gedacht, super. Hier gibt es aber gerade echt, ja, und es stört mich, dass die Mini auf der großen Map die Wegpunkte angezeigt werden, welche Richtung die. Die Musik ist auch was Feindes, ruhig. Aua. Oh ja, perfekt. So, machen wir es mal anders. Nehmen wir das Eis mal kurz. Ja, nehmen wir das Eis mal kurz. Ja, nehmen wir das Eis mal kurz. Tu die Erde weg. Ja, das ist blöd, da würde ich so ungern runtergehen. Da kann ja alles auf mich warten. Warte kurz. Ist hier eine Schlucht, zwei Schluchten? Drei. Eine kleine Schlucht, zwei etwas größere. Was? Denn hier. Es wird langsam dunkel, gut. Dann setze ich mich auf irgendwo hin. Das ist mal kurz. Zombie. Tööö. Die haben ja geschlagen, das ist dann brauchen die irgendwie ein bisschen geschlagen. Wie ist hier los? Die sind ja nämlich ein bisschen an Sido. Business Sound. So, warum sind denn das Ganze drin? Ich will nicht reingehen, die nicht kacken. Höhle. Okay. Okay. Bausen. Ich habe hier noch eine Acht. Scheiß. Gar nicht. Ist ja auch super, ne? So im Kreis runter. Was ist hier? Nichts. Auf der Map hier. Oh, das ist eine Spinne. Ich hab noch 3 Fackeln. Ich muss nach drüben. Ach herrje. Was haben wir heute? Samstag, ne? Heute kommt irgendwas wieder entfernen bestimmt. Hoffentlich. Der war noch nicht dunkel. Was ist denn los? Der ist bestimmt im Verheißen. Halt. Ich will euch gehen hoch. Seitdem ich Heidens Sieg gespielt habe, Also, gehe ich irgendwie öfters über die Bäume. Um mich zu verstecken. Ja. Ich habe ein bisschen trainiert bei ähm 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 Boah Jetzt nochmal Jump'n'Run. Mini-Games. Auch mir jetzt immer hier bin ich besser geworden. Freut mich voll. Wieder was fürs Leben erreicht. Wer ist auf Schule? Auch so, du kannst bei Minecraft Jump'n'Run machen. Oh, Häschen. Wie kann man die noch? Sam- äh Salmon. Salmon mit Karotten. Braucht man dafür. Aber Häschen. Was brauche ich? Häschen. Und meine deutsche Sprache lässt. Sehr langsam auch stark nach. Braucht man Häschen. Äh Äh Häschen. Häschen. Ja, aber wenn ich... Ich kann ja gar nicht sprinten. Guten Tag, Häschen. Wo ich denn töten. Äh Bekomme ich vielleicht Hasenfell. Viermal Hasenfell ergibt einmal Leder. Habe ich mir das dann schon mal erspart. Ich könnte ja bei den Hunden bleiben, weil die Hunde ja die Skelette angreifen. Dann habe ich mir Arbeit erspart. Ah, ich bin ein Profi, würde ich fallen müssen, ist ja immer so, wenn man sagt, ja, so viele Blumen. Kenne ich hier irgendwas sehr schlecht. Sprinte einmal. Sprinte ja mit Doppel W drücken. Ne, wie so ein Steger Bob. Hunde, 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 Wahn, Hunde, Sprinte. Und wir sind da oben, ganz glätt. Aber die Waypoints kriegen gerade ein bisschen. Ne, ich sehe nichts auf. Mal eh noch weiter. Okay, mit. Ach, das Problem ist. Hier werden die Creeper sein. Werde ich so einfach, äh, werde ich so schnell nicht sehen und dann wäre es, ist es zu spät. ein bisschen schwieriger die Hunde greifen. Da ist man nicht. 1,5 Continuum tropfen Aber vielleicht kann ich den ja runterlocken. Weg, der kleine Bastard. Au, Mann. Verarschen. So. Ich will keine Knochen fallen lassen oder was? Ich will mich verarschen. Ich will jetzt Kiri in mein Leben. Ach komm her. Vergessen zu schlagen. Ein bisschen Abstand halten. Was ist denn hier? Ich will die Knochen fallen lassen. Hey. Ist das ein Wasserfall? Wollen die mich verarschen? Sind die Knochen so selten geworden oder was? Das ist doch scheiße. Was? Was ist denn da so? Bogen? Das sah aus wie die Grimse. Kannst du vor... Hey, sag mal. Ein bisschen Abstand halten. Was ist denn da? Ich will ein bisschen Abstand halten. Was jetzt Loslassen! Auch nichts fallen lassen? Aaaaah Fisch dafür Aaaaah Aaaaah Guck mich nicht Sie hat Hab ich jetzt Kann aber wenig Da sind noch Filette, ach du Scheiße Machen wir mal kurz Hier eine Lampe hin Da eine Lampe hin Und da Damit ich hier eine Safe habe Einzelne da weggelockt Flieb Und da Schau Schau Kuckuck, Freunde, hüp! Wir sind aus der Reserve-Locken da vorne. Ah klar, die kommen natürlich zu weit, das Zombie. Ah, ist natürlich sehr gut gelungen. Okay, der eine hat nachgelassen. Hüp, 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 ist geklärt. So, jetzt kommst du dran. BAM! Jawohl! Okay, vier Knochen fallen lassen. So, die ersten zwei Knochen haben wir. Die haben mich nicht verschrieben. Komm her du! Gerda! Was ist das? Ah, vier Knochen. Uah, zwei Clipper! Langsam, Kinders, langsam! Zack! 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 Beklärt! Nächster hier! Hi! Verpisst euch! Boah, der kam. Freigeflogen. Auf hin! Komm her du! Bisschen! Deck das Kram! Krass! Das ist ein Ding!